Hallo, mein Name ist Eckart Stephan. Ich will euch heute unsere neue Schwenkbiegemaschine, die Powerband Multi, vorstellen. Das Video soll eine Gesamtübersicht aller Innovationen sein. Ein paar davon werden euch bestimmt überraschen. Bleibt also dran und seid gespannt. Die Powerband Multi ist unser Nachfolger der altbewährten MPB. Es gibt sie in den Nutzlängen 2,5, 3,2 und 4 Meter. Im Hintergrund sieht er die Variante in 4 Meter mit einer Biegeleistung bis zu 2 Millimeter Stahlblech. Diese Maschine schließt die Lücke zwischen den Spengler-Maschinen, MAKU und den Industrielösungen aus der Powerband-Serie. Und genau so wurde sie auch entwickelt. Sie enthält alle Innovationen unserer MAKU, wie die zurückgesetzte Biegewange oder den konischen Anschlag. Übernommene Innovationen aus der Powerband-Serie sind unter anderem die drehbare Oberwange. Wir haben hier Geißfüße bis 170 Millimeter, mit welchen wir auch tiefe Rinnen und tiefe vierseitige Produkte fertigen können. Die drehbare Oberwange verfügt standardmäßig über eine hydraulische Werkzeugtremung. Die Maschine verfügt über eine vollmotorische Blechstärkeneinstellung, sowie über eine manuelle Bombierung, mit welcher es möglich wird, 2 Millimeter Stahlblech auf voller Maschinenlänge gerade zu biegen. Anders als bei unserem Vorgängermodell, der MPB, wird hier die Oberwange über Spindel angetrieben. Das bringt uns bei dieser Biegeleistung Vorteile gegenüber dem Exzenter-Antrieb. Kommen wir jetzt zu der wohl bahnbrechendsten Innovation der Maschine. In Verbindung mit der Option drehbaren Oberwange wird es möglich, die Oberwange zurückzusetzen und das Blech zu klemmen. Das ermöglicht das Biegen von Hohlumschlägen in nur einen Arbeitsgang. Der größte Vorteil ist hier die viel höhere Stabilität einer Schwenkbiegemaschine beim Biegen im Vergleich zum traditionellen Zudrücken mit der Oberwange. So gilt zum ersten Mal bei einer Schwenkbiegemaschine der technische Grundsatz, was gebogen werden kann, kann auch zugedrückt werden. Heißt in diesem Fall 2 Millimeter Stahlblech auf voller Biegelänge. Das war eine kurze Gesamtvorstellung unserer neuen Powerband Multi. Folgt unserem Kanal, dort bringen wir weitere Videos mit Beispielen und Erklärungen. Schaut auf unsere Internetseite oder kontaktiert uns. Und wir sehen uns bald zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.